Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Startnummer 46 ist in der Lage 3.47. Kauling-Punkt startet mit Wigge Kaya für SGV Heiligenhafen. Und die Startnummer 48 bis 50. Bereit ist der Wind startet. Vielen Dank. Die Startnummer 46 ist in der Lage 3.47. Die Startnummer 46 ist in der Lage 3.47. Die Startnummer 46 ist in der Lage 3.47. Die Startnummer 45 ist in der Lage 3.47. Die Startnummer 46 ist in der Lage 3.49. Die Startnummer 46 ist in der Lage 3.48. Vielen Dank.